So, die eine Folge mache ich jetzt noch. Wir haben gestern für Thorim hier unten diesen, seinen Hammer geholt, sage ich jetzt einfach mal. Wir müssen jetzt hier rüberfliegen. Hier oben, erkundet die Sturmgipfel, hier oben ist Horde-Stützpunkt. Da können wir leider nicht hin. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier drüben hin. Brands Basislager. Terrasse der Schöpfer. Thorim. Quest beenden. Der Eid der Irdenen. Thorim auf der Terrasse der Schöpfer wünscht, dass ihr in das Horn der Sturmgipfel blast und die Irdenen ruft, damit sie 20 Eisenzwerge und 7 Eisenschildwachen besiegen. Ok. Lokens Lakaien. Thorim möchte, dass ihr Eisenfaust in der Halle des Formers erschlagt. Außerdem sollt ihr Halevnir, den Zischenden und Duron, den Runenbesetzten, auf der Terrasse der Schöpfer töten. Was bringt euch zum? Ok. Also, wir müssen hier vorne das Gebiet. Ich glaube, können wir das auch so machen. Können wir auch so machen. Also, normalerweise müssten wir jetzt hier das so machen. Und dann wird eine Menge von denen hier rauskommen. Aber so gesehen, wir brauchen die ja gar nicht. So, ähm, waren da oben noch welche? Ja, hier oben waren noch welche. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. So, erste Quest fertig. Nervensschnitt. Trottel. Gut, wir müssen jetzt hier rüber auf die Terrasse der Schöpfer. Also, wir sind ja auf der Terrasse der Schöpfer. Ähm, hier drüben müssen wir ja endlich. Dann. Darunter. Hier fahre. Duron. und dann hier Eisenfaust. Ich würde sagen, da wir eh schon hier drüben sind, wir holen uns hier noch diese Scheiben des Scheiben des Erfinders. Äh, ja, ja. Hallo. Wie viel brauchen wir? Sieben Fragmente, oder? Wann es sieben? Sechs Stück. Okay. Ich muss näher ran. Zwei Stück noch. Oh, das ist schön. Zwei, jawohl. So, jetzt einmal zur Scheibe des Erfinders zusammenbauen. Ähm, wo habe ich das blöde Ding hin? Hier. Brandkontaktieren. Abgeben. Datenschürfen. Nutze die Scheibe des Erfinders, um sieben Teile der versteckten Daten aus den Datenbanken zu beschaffen. Heißt, hier draufklicken und dann auf die Scheibe des Erfinders. Da brauche ich gar nicht mal aufmachen. So. Versteckte Daten gefunden. Äh, wir haben ja eben eine Menge von denen gekillt. Wir können so gesehen an denen ihre ganzen Datenbanken dran. Echt, so lang brauchst du um Daten zu finden? Ist da kein Google drin oder was? Keine Suchmaschine. So, da sehe ich noch zwei Stück. Und dann nehmen wir noch den da vorne. Der ist, glaube ich, am nächsten. So, gut. Dann können wir direkt wieder Pran holen. Hallo. LHL. Warum wolltest du eben keine Quest von mir haben? Die Bibliothekenkonsole bringt die Scheibe des Erfinders zur Bibliothekenkonsole des Erfinders im Inneren der Bibliothek des Erfinders. Alter, was für Aufgaben. So, dazu müssen wir hier drüben rein. Einmal, zack, bis davor. Quest abgeben. Norganons Schale. Beschafft euch Norganons Schale von Arshiva Mechaton. Einmal hier draufklicken. Dann kommt er. Ich bin Hüter mir, äh, mir mir. Wir haben schon die Scheibe. Tatsache. Okay. Und jetzt? Nochmal Pran rufen. Was nehmen wir? Das ist teurer. Und das war Norganons Schale. Okay. Hilfe von der Forscherliga bringt Norganons Schale zu Lagnus in die Eisfestung. Die Verbanden von Ulduar sprecht mit Bergfels dem Steinformer in Bergfels Zuflucht. Okay. Also einmal hier und einmal hier. Wir werden erst mal hier drüben bei der Terrasse der Schöpfer müssen wir noch einen killen. Eisenfaust. Und die Quest können wir dann auch abgeben. bin ich jetzt zu weit oben oder muss ich noch höher? Ich weiß es nicht mehr. Der muss irgendwo hier drüben seinen Eisenfaust Tempel der Ordnung da unten müssen wir dann hier rein scheinbar Halle des Formers Also dann einmal hier rein und Eisenfaust das warst du mal Schildwache Diener von Loken So und zurück zu Torim der steht ja immer noch da oben Beenden 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 Die Abrechnung Trefft euch mit Torim in der Nähe des Tempels der Weisheit Bericht König Jochum in Duniphalem wie der Kampf ausgegangen ist Okay Also wir müssen jetzt ganz hier hinten hin Das ist dann glaube ich Loken oder für den König der Frost Erben Eins von den beiden Da müssen wir glaube ich hin Und wenn wir das gemacht haben gehen wir dann hier zu dem Verbanden von Ulduar und dann war es das für mich heute Handschuhe des Terrassen Guckers Guckers So Tempel der Weisheit Da ist Torim Ich stehe euch bei Und da ist Loken Loken ist auch ein Boss Ich glaube von den Hallen der Blitzer Oder Hey Hör Off Aha Der hat uns reingelegt Der Drecksack Gut Da Wo ist der Hier unten Also hier unten ist auch der Flug Punkt Den haben wir schon Wo ist das für Flug Punkt Gut Dann platzieren wir uns einmal hier drinnen Wir können noch mal schnell ein bisschen was verkaufen Weil die Taschen schon wieder voll sind ohne Ende Mammut Länder Ja ich sammle das es braucht kein Schwein mehr aber ich sammle es trotzdem hallo ich will okay noch schade gut dann sage ich mal danke fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder tschüss schade 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 schade